OpenAI und Microsoft werden verklagt, da ihre KI-Bots Urheberrechte verletzen und unerlaubterweise ganze Texte kopieren, so wie Bilder von urheberrechtlich geschützten Charakteren, Kunstwerken oder Designs erstellen. Und auch wir als User müssen aufpassen. Je nach Auslegung und unserer Verwendung von KIs können auch wir uns hier möglicherweise strafbar machen. Alle wichtigen Informationen darüber gibt es in diesem Video. Was ist genau passiert? Der Stein, der jetzt vermutlich einiges ins Rollen bringen wird, ist eine Klage der New York Times, die sich gegen OpenAI und Microsoft richtet. Die Klage wurde schon Ende letzten Jahres eingereicht und der Publisher wirft den beiden Unternehmen vor, Chatbots mit urheberrechtlich geschützten Materialien der Times trainiert zu haben. Jetzt stehen die Bots in direkter Konkurrenz zu ihrer Quelle und liefern dieselben Informationen. Das klingt zunächst erstmal ein bisschen abstrakt und vielleicht auch weit hergeholt, aber wenn man sich die Vorwürfe genauer anzieht, dann kommen einige sehr besorgniserregende Beispiele ans Licht. Hier sieht man nur einen der Fälle, die die New York Times als Beweise anführt. Links von GPT generierter Text und rechts der originale Artikel. Ich denke, auch ohne das alles zu lesen, wird schnell klar, dass diese extreme Übereinstimmung kein Zufall ist und hier eindeutig kopiert wird. Denn alles, was hier in rot dargestellt wird, ist wirklich eins zu eins identisch. Und auch Microsoft wird in diesem Zusammenhang Probleme bekommen, denn in der Anklage gibt es zudem ein Beispiel des Bingbots, das ebenfalls illegalerweise Texte aus der New York Times quasi eins zu eins wiedergibt und damit eher weniger als generative KI und mehr als Copy-Paste-Bot auftritt. Und das auch noch mit geschütztem Material. Besonders verwunderlich ist das nicht, denn der Bot verendet schließlich ebenfalls das GPT-Modell von OpenAI. Besonders schwer wiegt in diesem Fall natürlich auch der Fakt, dass zumindest bei OpenAI, also in JetGPT, keinerlei Links oder Quellen angegeben werden. Ein Bereich, in dem Microsoft mit Bing vielleicht noch argumentieren kann, denn hier wurde wenigstens zu dem Originaltext auf der Website der Times verlinkt und eine Quelle genannt. Bei JetGPT gab es einfach nur den Output, der erst einmal komplett nach KI-generierten Text aussieht und wahrscheinlich nicht hinterfragt wird. Im vergangenen Jahr hat OpenAI in diesem Bereich ja schon damit begonnen, Verträge mit Verlagen und Publishern anzustreben. Es gab beispielsweise Deals mit Associated Press und Springer. Es gibt aber immer noch unzählige Quellen, die keine Partnerschaften mit dem KI-Unternehmen haben. Und sollte dieser Fall jetzt zugunsten der New York Times ausgehen, wird das vermutlich eine Flut von weiteren Klagen nach sich ziehen. Denn natürlich will kein Verleger einfach zusehen, wie die sorgfältig erstellten Artikel und Informationen einfach von anderen Unternehmen geklaut und als eigenes Werk dargestellt werden. Und auch wenn das schon enorme potenzielle Zahlungen nach sich ziehen könnte, die Times spricht in ihrer Anklage von Milliarden von US-Dollar, beginnen die Probleme hier erst. Denn neben den reinen Texten kann KI ja mittlerweile auch Bilder erzeugen. Und auch hier gibt es in letzter Zeit gehäuft Vorwürfe an der OpenAI und in diesem Bereich vor allem Microsoft, was urheberrechtlich geschützte Designs, Charaktere oder Kunst betrifft. Auch wenn DALI 3 innerhalb von JetGPT sich oft weigert, etwas zu erstellen, das möglicherweise ein Urheberrecht verletzt, kann man in anderen Tools, wie beispielsweise Microsoft Designer, das eben auch das Starlead-Modell verwendet, ganz einfach zum Beispiel C3PO von Star Wars in verschiedenen Bildern erzeugen lassen. Aber auch Bots, die vermeintlich das Urheberrecht respektieren, können nichts gegen ihr Training machen, wenn sie entsprechende Prompts bekommen. Hier sehen wir zum Beispiel Ergebnisse für die Prompts Animated Sponge, Golden Droid from Classic Sci-Fi Movie oder Videogame Italien. Es wird sicherlich schwer werden, hier zu argumentieren, dass das Modell eben nicht mit SpongeBob, Star Wars oder Super Mario Illustrationen trainiert wurde. Nach allem Ärger über kopierte Texte stehen hier also vermutlich schon die nächsten Probleme vor der Tür. Es wird spannend, wie die ersten Präzedenzfälle jetzt laufen werden. Es ist aber nicht ganz auszuschließen, dass auch eine Industrieriese wie OpenAI hier ernsthaft in Schwierigkeiten kommen könnte. Zuletzt müssen wir auch darüber sprechen, was das für uns als Nutzerinnen und Nutzer von KI bedeutet. Denn es wird die Frage aufkommen, wer bei einer konkreten Urheberrechtsverletzung dann am Ende wirklich haftet. Ist es das Unternehmen oder die Person, die die KI trainiert und entwickelt haben? Ist es, wer das Ganze online oder lokal zur Verfügung stellt? Oder sind wir es als User, die streng genommen eigentlich erst die geschützten Materialien erzeugen? Zum jetzigen Zeitpunkt kann man das nur schwer beantworten. Und auch hier wird es sicherlich einige Fälle geben, in denen die eine oder in die andere Richtung geurteilt wird, bevor man sich sicher sein kann. Denn trotz intensiven Bemühungen, gerade auch in der EU rechtliche Grundlagen zu schaffen, ist das Thema der Haftung bei KI-generierten Inhalten absolut nicht eindeutig geregelt. Zumindest bis jetzt. Wir haben es in unseren Videos immer mal wieder schon erwähnt. Aber wollen es deshalb nochmals explizit betonen. Wir müssen vorsichtig sein, wie wir KI-Tools verwenden. Und vor allem auch, was wir mit dem erzeugten Output anstellen. Es gibt ja auch zig Anwendungen, die lokal installiert werden können oder die uns auch online großzügige kommerzielle Rechte für unsere erzeugten Materialien einräumen. Das gibt mir aber natürlich keine Erlaubnis, Bilder mit originalen Star-Wars-Charakteren zu erstellen und Comics damit zu verkaufen. Denn einige Anwälte sind der Meinung, dass in Fällen, in denen die künstliche Intelligenz erst durch meine gezielten Prompts und Anweisungen solches Material erzeugt, dass ich dann freizügig verwende, die Schuld durchaus bei mir liegt. Ein vielleicht simpler, aber eigentlich ganz guter Vergleich. Nur weil ein Autohersteller einen Sportwagen baut, der über 300 kmh fahren kann, ist nicht der Hersteller schuld, wenn ich mit 150 durch die Fußgängerzone fahre und geblitzt werde. Seid also auf jeden Fall bitte vorsichtig mit KI- generiertem Material. Vor allem mit öffentlicher und kommerzieller Nutzung davon. Die Nutzungsbedingungen eines KI-Tools sind eine Sache, Gesetze und Urheberrecht die andere. Es macht unglaublich viel Spaß, diese ganzen neuen Anwendungen zu testen und auch wir machen das natürlich sehr gerne und sind immer wieder fasziniert von den neuen Möglichkeiten. Aber man darf eben nicht vergessen, dass nur weil das alles generiert wird, nicht auf einmal alles erlaubt und legal ist. Was ist deine Meinung zum Thema? Sind die großen KI-Unternehmen so ignorant oder arrogant und bekommen jetzt ihre verdiente Strafe? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über ein Like für das Video, wenn es dir gefallen hat und lass doch auch ein Abo für den Kanal da. Mein Name ist Johannes Wurf, bis zum nächsten Mal.